Ich will ja nicht sagen, dass es heute ein anderes Video wird, aber vielleicht wird es heute ein anderes Video, oder Benni? Weil wir müssen zwei, drei Fragen klären, beziehungsweise zwei, drei Sachen, die so ein bisschen rumschüren in der Community. Wo fange ich denn da am besten an? Ihr Knödel. Mahlzeit. Wir haben es jetzt am Mittag und die Knödel, die trennen schon wieder alle durch. Hier, der hat sich nicht durch. Daddy. Daddy. Ja, die trennen schon alle wieder durch. Und ja, wir müssen ein paar Sachen klären, meine Lieben. Weil, wie soll ich sagen, die Leute fragen immer, wann kommen denn jetzt Videos, wo wieder die Katzen reden und so wie man es kennt. So wie man es kennt. Und natürlich kommen wieder solche Videos. Solche Videos sind Bestandteil von diesem Kanal. Aber genauso Bestandteil von dem Kanal ist es einfach, das Leben von meinen Katzen zu zeigen, das Leben von mir ein bisschen mitzuzeigen. Und natürlich die Synchronisation von den Katzen. Aber der eine oder andere, der hat es ja mitbekommen, wir sind umgezogen. Und so ein Umzug geht nicht von jetzt auf gleich. Es geht von jetzt auf gleich, wenn man einfach so umzieht mit Möbeln und dann einfach aufbaut und wieder abbaut. Oder andersrum. Andersrum. Oder man Hilfe hat. Oder man nicht unbedingt von Null anfängt, so wie ich. Und deswegen dauert es immer so seine Zeit. Wenn man dann nebenbei noch voll arbeiten geht und fünf Katzen hat, dann dauert es sehr lange. Das kommt dann irgendwann, ist dann der Punkt, wo irgendwas zurückstecken muss. Und in dem Fall waren es dann eigentlich ich. Also ich habe es zurückgesteckt. Also ich als Person, ich als Mensch, habe sehr viel zurückgesteckt. Ich habe sehr viel, nichts für mich getan, nichts für mich gemacht. Und das ist nicht, dass ich keine Videos machen möchte. Oder nicht. Wie gesagt, das kommt so oder so. Aber ich zeige euch mal, wie ich zur Zeit noch arbeite. Das ändert sich jetzt auch bald alles. Aber wie ich bis jetzt immer gearbeitet habe. Wartet. Quasi, das ist mein Arbeitsplatz. Hier arbeite ich. Hier mache ich das ganze Knödelzeugs. Und ja, das ist mein Arbeitsplatz. Soll es eigentlich nicht sein. Weil eigentlich mein Arbeitsplatz ein ganz anderer. Und er sollte auch zuerst fertig sein. Aber ist nie fertig geworden. Beziehungsweise andere Sachen hatten größere Prioritäten. Andere Sachen mussten eher fertig gemacht werden. Und deswegen ist es ein provisorischer Arbeitsplatz. Aber das Problem an dem Arbeitsplatz ist einfach die Soundkulisse. Das ist eine ganz schlimme Soundkulisse. Das schallt sehr. Das halt sehr. Und da ist Videoschneiden, Videobearbeiten, Videovertonen extrem schwer. Und ihr wisst, ich mache ja auch gerne hochwertigen Content. Wo die Katzen im Vordergrund stehen. Wo die Katzen sehr viel reden. Und wenn ich dann versuche zu synchronisieren. Schweres Wort. Dann klingt es nicht cool. Und ich bin sehr perfektionistisch. Ich brauche das für mich. Dass ich das weiß. Okay, es klingt cool. Auch wenn ihr sagt, es klingt perfekt. Klingt es für mich nicht immer perfekt. Und deswegen ist es für mich immer ganz schwer. Das richtig zu machen. Zum anderen kommt dann immer noch. Ich mache das alleine. Die ganzen Videos, das mache ich alleine. Und anders als viele, viele andere Creator in der Branche. Oder wie gesagt, die mit Katzen zu tun haben. Dies, das, das, tralala. Ja, die machen das nicht alleine. Die haben Familie im Hintergrund. Die haben Partner, Partnerinnen im Hintergrund. Die quasi sich die Arbeit teilen. Wo der eine dann nach arbeiten geht. Das kommt dann nach hinzu. Ich habe ja noch einen Job. Einen ganz normalen Job. Und die teilen sich dann die Arbeit. Das heißt, der eine geht arbeiten. Dann macht der andere den Haushalt. Kümmer sich dann vielleicht um die Katzen mit. Macht dies noch, macht das noch. Ich mache das alleine. Das ist nicht schlimm. Und ich mache das wahnsinnig gerne. Ich bin vielleicht nicht der perfekte Hausmann. Ich bin vielleicht auch nicht der perfekte Katzendaddy. Das sind andere von euch Katzenmoms und Katzendaddys. Von euch viel, 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 viel besser als ich. Aber ich bin nicht perfekt. Ich bin haushaltstechnisch nicht auf der Höhe. Ich bin Katzentechnisch. Mache ich auch Fehler. Natürlich mache ich auch Fehler. Aber ich mache es halt alles alleine. Das soll kein Ningeln sein. Das soll kein Beschweren sein. Weil ich mache es halt einfach wahnsinnig gerne. Und ich mache es auch gerne alleine. Aber die anderen Creator zum Beispiel, die machen, die haben viel, viel mehr Background, einen starken Partner oder eine starke Partnerin im Hintergrund, die dann quasi das Ganze mithelfen und das Ganze mitmachen. Und das habe ich nicht. Das ist okay. Manchmal wäre es cool, wenn man dann ein bisschen Arbeit abgeben könnte. Das klingt jetzt blöd, das klingt jetzt blöd, Arbeit abgeben. Es wäre ein Partner dafür da, also Quatsch. Aber ihr wisst, was ich meine hoffentlich. Kein Hate. Und ja, das habe ich aber nicht. Und das sind halt solche Projekte, weil viele sagen, du brauchst immer so lange. Und da rollen wir mal die Kisten. Mach doch mal dies. Mach doch mal das. Ja, mein Tag hat Surprise, genauso wie bei euch, noch 24 Stunden. Ich hätte manchmal gerne mehr Zeit, aber zum Beispiel das letzte Projekt, das wir zusammen angegangen haben, ist zum Beispiel die Katzenwand. Die haben wir jetzt noch nicht ganz angebaut. Also die ist halt noch nicht fertig. Die ist noch nicht fertig, aber zum Teil ist jetzt halt schon dran. Das dauert leider Zeit. Es ist jetzt ungefähr die Hälfte, habe ich jetzt erst dran gemacht. Da fehlt noch ein bisschen was. Hier meine Arbeitsecke ist auch noch nicht fertig. Da fehlt auch noch. Das kommt nächste Woche dann. Dann guckt mein Schreibtisch. Dann kommt hier noch einen Raumtrenner hin. Dann kann ich die Katzenwand hier fertig basteln. Das fehlt alles noch. Hier sind wir soweit schon. Guck mal hier. Ach, Deko. Ich habe Deko. Freunde, es wird dekoriert. Ja, Herbst kommt. Winter kommt auch. So ein Ding ist das. Weißt du? Und hier, ganz viel Deko. Ach, meine Häcksel ist nämlich jetzt auch da. Meine Häcksel ist jetzt auch da. Hier, guckst du. Meine Häcksel ist da. Und wichtig und richtig. Wir haben auch noch Deko. Guck mal hier. Das ist super. Das ist halt von euch Community. Von den Zuschauern. Ihr bastelt mir super, super niedliche Sachen. Das ist halt so eine Sache. Das kommt halt noch hinzu. Was ich nebenbei noch mitmache. Euch zum Beispiel Pakete schicken. Bei Gewinnspielen, die ich persönlich veranstalte, ohne irgendwelche Partner im Hintergrund oder Sponsorings oder irgendwas, dass ich Pakete für euch fertig mache. Das muss auch alles gemanagt werden. Das muss alles kommuniziert werden. Das muss alles vorbereitet werden, verschickt werden, verpackt werden. Das ist alles Zeit. Ja, wisst ihr, was ich meine. Das ist alles Zeit, die ich eigentlich nie habe. Dann kommen Halloween-Vorbereitungen. Wir sind jetzt dabei, Halloween vorzubereiten. Also ich bin dabei, Halloween vorzubereiten. Und eine super, super tolle Halloween-Livestream geben. Wo wir das Ganze machen, weiß ich noch nicht. Ob wir das auf YouTube machen, auf Twitch. Folgt mir auf Twitch. Link ist im Kanal. Wo wir das Ganze machen, weiß ich noch nicht tatsächlich. Aber selbst wie gesagt, Halloween-Vorbereitungen. Das braucht alles Zeit. Und deswegen ist halt auch so ein Grund, warum das alles ein bisschen länger dauert. Aber ich muss genauso wie ihr einen ganz normalen Haushalt führen. Ich habe einen ganz normalen Haushalt. Auch wenn ich deine Helfer habe. Nicht du. Du bist kein Helfer. Du machst Chaos. Zum Beispiel hier. Ein Saugroboter. Irgendwie sowas. Natürlich hat man dann Helfer, die das Ganze erleichtern. Aber ich muss genauso Wäsche waschen wie ihr. Ich muss genauso abwaschen wie ihr. Spülmaschine sei Dank. Yay. Ich muss genauso einkaufen wie ihr. Ich mache den ganzen normalen Haushalt. Alles ganz normal so wie ihr. Ich bin nichts anderes. Nur, dass ich halt noch ein paar Videos nebenbei mitmache. Und das halt sehr viel Zeit voranschlag. Und da bitte entschuldigt an die. Geht es jetzt speziell an die? Die dann sagen, machen wir wieder Videos. Es kommen wieder Videos. Und mehr Videos. Mehr, mehr, mehr. Geht nicht immer. Es geht nicht immer. Es kommen regelmäßig Videos. Aber es kann halt auch mal sein, dass ein Video kommt, wo er hier nichts sagt. Wo einfach nur am Mauzeln ist. Oder wo wir einfach nur eine lustige Szene haben, ohne dass die Katzen sprechen. Oder wo ich einfach mal zeige, wie ich irgendwas aufbaue. Kann sein. Kann sein, dass man dann sowas bringt. Content kommt so oder so. Aber synchronisieren ist halt ein sehr langwieriger Prozess. Und das kann ich erst dann wieder richtig vernünftig machen, wenn das Arbeitszimmer fertig ist. Was nicht so auch der Fall sein wird. Und dann kommen da natürlich auch wieder ganz normale Videos. Aber wie gesagt, noch ein Projekt, was immer noch nicht fertig ist. Surprise. Aber Opa Büchse hat gebaut. Guck mal. Mein Katzengras. Oh, ich muss rasten. Ich muss mähen. Ich muss mähen. Ich brauche eine Schere. Ich brauche eine Katzenschere. Gras. Katzengras Schere. Das ist noch nicht fertig. Diese Ecke ist noch nicht fertig. Opa Büchse hat was richtig Tolles gebaut. Das kriege ich wahrscheinlich nächste Woche. Aber richtig toll. Weil das dann dieser Balkon, dieses Wintergarten-Lodge, ja, nennst du es, wie ihr es wollt, dass das auch bald mal fertig ist. Und die Katzen dann endlich auch hier rumknödeln können, wie sie rumknödeln wollen. So ein Ding ist das. Teddy. Das ist mein kleiner Ted-Ted. Das erst mal dazu. Es sind viele Projekte, die ich zeitgleich mache und alles unter einen Hut zu bringen. Und natürlich versuche ich es allen recht zu machen. Das funktioniert aber nicht. Sage ich, wie es ist. Funktioniert nicht. Allen, um alle recht zu machen. Und ich will es trotzdem. Wie gesagt, wir machen jetzt noch Halloween. Halloween-Special kommt natürlich. Apropos Halloween-Special. Da gibt es solche Sachen, die ich halt nebenbei alles noch mitmache. Für euch. Na, warte, zeige ich euch. Zeige ich euch. Da passiert halt alles nebenbei. Zum Beispiel Autogrammkarten für euch machen. Das ist alles nebenbei mit. Das muss alles designt werden. Das muss alles vorbereitet werden. So was zum Beispiel. Autogrammkarten. Die mache ich für euch fertig. Schlüsselanhänger zum Beispiel. Das ist alles nebenbei. Muss es gemanagt werden. Schlüsselanhänger für euch. Autogrammkarten für euch. Das ist so viel. Und manchmal finde ich es halt ein bisschen schade, wenn dann die Leute das nicht sehen. Was man alles macht. Deswegen ist es heute ein kleines Statement. Quasi erstmal, um das zu zeigen. Katzen Haare. Wir werden auch nochmal eine richtig tolle Room-Tour machen, wenn das alles fertig ist. Und der Charlie, der hilft mir dann dabei. Der Charlie hat auch ein neues Video gedreht. Ja, du hast auch schon ein neues Video gedreht, ne? Genau, weil wir haben ja noch ein Video gedreht, wie wir hier alles aufbauen. Da ist der Charlie natürlich auch mit dabei am Start gewesen. Und hat das Ganze kommuniziert, äh, 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 beredet. Ach, jetzt fällt mir das Wort nicht. Kommentiert war das Wort. Kommentiert. Und so ein Ding ist das. Das schleicht sich natürlich schon wieder hier rum. Die Töpfe sind leer. Guck, hier ist alles leer. Puh, hab ich noch. Yay. Alles leer. Benten. Deswegen... Nehmt's mir nicht übel, wenn's ein bisschen weniger Katzen-Synchronisation gibt. Es kommt natürlich wieder ganz, ganz viel, wo die Katzen reden werden. Mit ihren Stimmen und alles lustig ist und alles so. Ich hab richtig tolle Ideen auch für Weihnachten, für, für... Halloween kommt... Ich sehe die Katzenhaare, das nervt mich auch. Ähm, äh, mit Halloween, wo der Benni vielleicht was anzieht, wenn er Bock hat. Übrigens, wenn ich meine Katzen anziehe, dann nur, wenn meine Katzen auch Lust haben, das zu machen. Wenn meine Katzen sich rum, äh, rumzicken, nee, aber sich weigern oder sie abstreifen wollen, dann gibt's keine Videos mit Katzen anziehen. Wenn der Benni was anziehen will, dann sehe ich das, ob er Bock hat. Ähm, wenn nicht, dann lass ich's. Ne, so ein Ding ist das. Ähm, nur dazu. Ähm, wie gesagt, Halloween wird cool. Ich hab was vorbereitet. Und für Weihnachten kommt was ganz Großes. Da könnt ihr ganz gespannt sein, was da kommt. Freue ich mich sehr. Und wenn ihr mögt, folgt mir auch gerne auf Twitch, weil da bin ich tatsächlich auch sehr oft live. Da geht's eher um... Das hier. Und weniger um Katzen, aber wir reden natürlich auch über Katzen. Hm, ich würde sagen, Charlie? Ja, machen wir jetzt Schluss? Mittag? Willst du Mittagessen, mein Schatz? Fleisch? Naja. Kein Fleisch. Gibt es kein Fleisch? Ähm, meine Lieben, ich danke euch fürs Zuhören, Zusehen. Ich hab bestimmt wieder ein paar Punkte vergessen, die... Aber das ist ja jetzt ein Glück. Ähm, lasst es euch gut gehen, macht keinen Blödsinn. Wir sehen uns die Tage. Bis bald. Couscous, euer Micha. Bis bald.